Peace Freunde, ganz kurz bevor das Video losgeht. Falls ihr auch krasse Boxen, Sleeves oder Matten haben wollt, checkt Sleeve Chief unten in der Beschreibung ab. Erster Link. Wir haben hier einmal die G5 Box, die Pot of Greed Box, O2G Sleeves, Border Sleeves, es gibt mittlerweile auch Aula Sleeves, eine schöne Matte von Sleeve Chief. Die Produkte können natürlich ausverkauft sein, das heißt immer G61 folgen und Sleeve Chief natürlich auch, damit ihr immer die Releases und die Resorts mitkriegt. Jetzt geht es weiter mit dem Video. So, so. So, so. Den Kleinen? Ne? No. So, schauen wir mal auf. Ersten Mal unterreffen, zum Zweigen Mal unterreffen, zum Zweigen Mal unterreffen, zum Zweigen Mal unterreffen. Zum Zweigen Mal unterreffen, Mein Name ist Samoye, Mooye-Effekt. Ich habe einen Adara. Fick 1 und Fick 2. Ein Gramm von dir, zwei von mir. Was hast du mit dem Geld? Ach, die Trap. Fett? Jo. Discard. Jo. Ähm. Fick 1.000 Zoll dafür. Was war das nochmal? Wenn du hast Specials, kann ich ihn aktivieren auf das Sam. Bench das Monster und 1.200 Birnen. Wenn du eine Spell-Dot-Trap aktivierst, kann ich sie wieder auf Chains Dann werde ich die Spell-Dot-Trap 1.200 abgeben Ah, ok Dann würde ich einen setten Ja Und dann würde ich abgeben Wo? Jo Ach du Scheiße, jetzt ist es bei wen? Sagt er, ach du Scheiße Ja, was? Ja Tor Stempel Und dann Tor Die sind Wasser, die Tokens hier Dann braucht das die Voll-Aktivation Ja Effekt Longline Discard Ja Ah Token ist optional Undresolve Ja Blackout Ja Target Target G&G Undres? Ja Ne Sorry Dann Battleface Ja Lighthouse Bis auf 3-8 Kannst du das auf Dekoration noch machen? Ja, das ist ein Quick-Effect Ja Würde ich festen? Ja 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 Okay, Stand by Main Fest So Stand by Stand by Ich hab eben vergessen, ich mach dir jetzt 2k, ne? Eigentlich Ja, das ist meine Tolle Das ist eigentlich dein Effekt Ja, ja, alles gut Ähm Main Ja Mach nochmal Spass mit mir, was ein, 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 ein Schwerzehlemonster aus dem Titel Ähm, Target ist... Longyang Longyang? Das Ding? Ja Ist der Protected oder so? Nein Gut Ja Ich hab nie Geld, ne? Oder wie geht's? Äh, wenn du das 2 oder 2 aktivierst... Ich hab nie Geld, ne? Äh, wenn du das 2 oder 2 aktivierst... Jetzt kriegst du 1200 Burn Und jetzt wird der Teufel gebändisch Wenn du Monster Specials... Hat der Effekt gedrucht? Der hat die Effekte gedrucht Ja, der hat die Effekte gedrucht Ja, der hat die Effekte gedrucht Uff 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 Du kannst in diese Resonic Uff Uff Uss Uff 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 Ja. Bist du aus 4, 6? Äh, 5, 6. 5, 6. Alright. Ähm, Target... Was war der andere Effekt noch vielleicht? Wenn du meinst, hast du geschützt. Kriege ich Damage und Demüt. Genau. Wo? Dann trage ich in den. Scheiße. Mhm. 3K oder 4? Ja. Trigger? Ja. Receptor? Äh, ich darf noch ein anderes Flügel des Ungeheuer Mannes sein. Schöpferk? Ja. Auf die Hände zu ziehen. Da hatte ich mich noch geimpft. Ich muss noch abdecken und Schöpferk rein. Auf Matica geholt. Dann haben wir ein Grifes. Auf Declaration. Ich muss dafür nicht eine Karte gesettet haben. Ne. Der Protection-Effekt, um das sie nicht getargetet werden kann. Das ist nur, wenn ich eine gesettete Karte habe. Okay. Okay? Ja. Dann bist du. Schon? Ja. Ja, das ist also ein Pass. Ja. ... ... ... ... ... ... ... Momentan, perfekt. Ich dachte mir nur der Redenwärter. Der Fall ist ein Fiss. Ein Fiss. Ein Fiss. Ein Fiss. Oh, Jungen! Ehhhhh, schade. Ja, aber das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, du kannst das Stand-Dine noch machen. Okay, ist 1-4. Verdammter, jetzt. Am Persisch. Also Stand-Dine. Also Stand-Dine. Ich bin so. Mein Lieben. So, jetzt wurde ich aber ein Sekündchen. Habe ich noch? Nein? Nein. 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 Dann würde ich gerne den Effekt von Rekom aktivieren, Targeting, Bouncing, dann habe ich den Trigger-Effekt, die zum Koppeln, die schlechter, Dann würde ich dich gerne mit 3.5 direkt angreifen. Dann würde ich mich gerne mit 3.5 direkt angreifen. Dann würde ich mich gerne mit 3.5 direkt angreifen. 2.5 direkt angreifen. Wie hast du das? 3. 5. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 7. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 12. 13. 13. 13. 14. 15. 13. 14. Ja, das ist echt gar nichts. Sie sind auf seiner Brände und jetzt nicht auf seine Brände zu steuern. Ja, alles. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 In der Endfänge? Kessel? Fünf? Nein, bei mir. Sicher? Ich hoffe, ich habe keinen Bock drauf. Trouble. Wird dann der Endphase vom nächsten Spielzeug verwandt? Ja. Ich? Ein Draw? Stand-Py? In der Draw? Nein, Stand-Py. Das war die, die auf dem Friedhof holen kann, oder? Nein, die kann, wenn ein Levelmonster im Friedhof ist, auch holen. Die Special aus dem Deck und gibt mir dann ein Levelmonster wieder auf die an. Ein Boost. Uff. Das ist geil. In der Mainface? Ja. End of Main? Ein Das? Ja. Perfekt, und Ein Würm-Monster auf dem Friedhof legen und ein Tenny-Monster mit unterschiedlichen Namen auf der Hand legen, weil ich ein normales Monster kontrolliere. Ein Würm-Monster auf dem Friedhof. Ein Würm-Monster auf dem Friedhof. Ein Würm-Monster auf dem Friedhof und ein Würm-Monster auf dem Friedhof. Vielen Dank. Und jetzt Effekt Adara, um welchen Meister zu probieren, um Ashuna zu enden, dann Effekt Schamanen, Discard, und kann ein Würmennonster, ähm, wie das Geschirr, mit Foto, Target ist, wie viel Lifes hast du, voll, ne? Ne 5000. Ich hab alles. Ah ne, aber ich glaub es ist ja noch 100 Stunden. Wie ist dieser Destruction Effekt, wenn ihr Nicht-Effekt-Monster kämpft, ne? Wenn da eben ein Kampf halt involviert ist, kann ich sie aktivieren und dann kann ich meine Karte von dem Poppen. Okay, alles klar. Äh, dann würde ich gerne in die Battleface gehen. Die Battleface hast du schon. Ah ja schon, ebenso. Ja. Ja, dann würde ich, äh, die List-Draw? Ja. Okay, äh, das war mein Main. Ja. Ja. Ach so. Ja, klar. Jo. Ich glaub das ist eindeutig, oder? Jo. Na die, gell? So, oder ne? Dann, äh, das kommt unter Steck. Ja, in deiner Tür. Ja, in deiner Tür. Okay, einfach ziehen. Ja. Ja, da ist kein Bock, dass du hier so fiese Madenten machst. in deiner Tür. Ja, da ist es logickeld. Ja, hier, das war das coral. Da ist es nicht. Ja, hier ist es etwas fiese. Hm. Schöne. Okay. Also, da要htal. Mh, 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 Mh. Mh, 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 Mh. Mh, 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 Mh. Mh, 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 Mh. Mh, Mh, Mh. Mh, Mh, Mh. Efect April Dragon? Mh. Efect 1, Efect 2? Jo. Dann Effekt Adara. Erdemir Dishida. Dann Effekt Longlong. Special. Jo. Kommen Sie drüber nach. Wie viele Bennets hast du? Einen? Ja, ja. Ich mache das so. Und dann Gigi. Nee, schlecht, Leute. Ja. Strunk.